Nickels? Daude, heil dich bitte, Karl. Ich bin doch nicht. Der müsste jetzt irgendwo hier sein Richtung. Pass auf, da ist ein Bonita. Du bist so unheimlich clever. Ja, ne? Na, das geht ja runter wie Öl. Auf deine komische Art und Weise wollte ich noch. Mein Gott, wer bringt die denn alle um? Ich. Was ist denn grad los bei dir? Junge, läuft! Es war durchgewischt worden. Alles glänzt. Hst! Hst! Schau! Was ist da? Ach nee, Pascal. Der kommt nicht. War da jemand? Nee. Okay, dann können wir weiter Richtung... Mittels... Wo ist denn der Pascal? Man muss sich doch mal rühren, so langsam. Mach mal ein paar Punkte für Pascal, dann freut er sich. Ja, richtig. Und jetzt will ich nicht wieder von Noobies sterben. Wieso, das waren nur Noobs? Das waren Noobs, ja. Ach so. Mich hat einer umgebracht, der hat in der Karte von 0,59. Das hat sich an wie ich beim Bahnen riebe. Da sind welche. Nickels. Lass mich vorbei, ich will töten. Ja, wir warten ja, schau dich. Ach, ich beim Bahnen. Hätte mich schon wieder angeschrieben vorhin. Die sind jetzt hier. Matthias, links, äh, rechts. Mhm. In der Hütte, was für Waffen? Kann man doch nicht sagen. Jeder, der ist ein Zombie. Ah, scheiße, ich habe ein bisschen schweige Socken. Hinter uns. Ja. Matthias, aus Südrund. Hier aus dem Haus. Ja. Ja. Oh, Schweineköters. Der bei mir hat eine, irgendwie eine Schrotflinze. Ist der noch auf dem Gelände oder draußen? Hinten drin, in den Häuschen. Ja, aber pass auf, Schrotflinze. Habe ich auch. Ja, aber du kennst ja deinen Glück. Ich habe gerade einen umgelegt damit. Der ist hier hinter mir. Das ist auch O-Bretz wohl. Und dann noch eine kurze. Hier. Komm. Schön. Wie viele haben wir jetzt getötet? Zwei. Ja, dann wird der andere, den anderen wiederbeleben. Ich geh nochmal zurück. Ich hebe mal die Doppel auf. Matthias, ist das in Ordnung für dich gerade? Ja, ja. Ja, fackelt alles ab. Wo ist denn der nun? Hast du eine Fackel? Ich schieße eine Lampe an. Ich habe eine Fackel. Ich verbrenne ihn, indem wir ihn tut haben, okay? Hier kommt was. Aus meiner Rechte, wo ich bin. Matthias, wir fackeln schnell ab. Ja. Ja, der fackelt da hinten. Da kommt was. Von hier kommt was. Ich habe das Spiel nicht abfucken können. Ja, das war... Ja, ich verdenke dich. Du spielst das Spiel seit eine Stunde erst. Nein, ich habe Orientierungsschwigkeit im MTH. Okay. Das ist mein Walter normal. Alles klar. Gut. Alter. Ist einer mit Crown & King? Alter. Noch ein Feuerteam bei mir. Oder habt ihr einen Sheriff getötet oder sowas? Oder einen Schwarzmantel? Nee. Ja, das ist ein neues Team bei uns. Einer Crown & King. Ach, du liegst. Schwarzmantel, Crown & King. Ich habe einen. Und der Sheriff hat auch... Heil dich bitte, Karl. Ich bin doch nicht. Ich sage ja auch Matthias. Schön. Da kam auch noch ein Schuss. Ja, das war glaube ich der, oder? Der Karsten hat ihn umgelegt, oder? Ich glaube, da kam da bei dem noch der letzte Schuss. Ich weiß nicht, ob du das... Lass die Karsten wiederbeleben. Der kann das. Okay. Wenn der was kann, dann kann er wiederbeleben. Jetzt kam da wieder ein Schuss. Aber von wo? Von Richtung 30 Grad. Wut der andere wiederbelebt eigentlich? Nee. 30 Grad? Naja, was ist denn das? 30 Grad Norden, Nordosten. Irgendwann im Feld. Naja, ich hole ihn. Ich hole ihn, ja. Ja, wir brennen einfach den anderen ab. Ganz klassisch. Da. Das ist ein Emoli, da kann ich nicht lang, Scheiße. Da, wo ich markiert habe. Ich habe ihn angehittet. Hier, hier. Habe ich was gehört, meine ich. Der rennt hier außen rum. Der müsste jetzt irgendwo hier sein, Richtung... Pass auf, da ist ein Emoli da. Ja, der war auch hier. Ich habe ihn. Hast du? Hm. Der war weiß, ne? Und zwar ein Fettsack. Ja, ein Polit. Genau, ja. Junge, ich gehe ab. Ja, schön. Ach du Scheiße, ich habe ja keine Heilung, sehe ich gerade. Ich muss den aufnehmen. Luther, Luther. Ich hoffe, der andere ist jetzt wieder mit dem Leben. Müssen wir mal gucken. Dann lute alle, Carsten. Ich habe ja eine Schierenheilung. Was ist denn das für eine Kacke hier, ey? Hast du vergessen? Ja, anscheinend. Kann doch bloß spritzen mit ihm. Ja, dann können wir. Hier ist noch eine Kornikin, Carsten. Ja, das ist gut. Oder was? Richtig Kohle und keine Taschenkipps ja gar nicht, ey. Wenn du keine Heilung hast, hast du vergessen einzupacken. Ich guck mal. Da liegt auch noch hier. Du hast keine Heilung angepackt. Ja. Schöne Bild von mir. Ja, wir können auch abhornen. Wirscht. Wir können auch abhornen. Ja, wir können besser ran. Ja, dann komm. Aber ich guck mal, ob ich hier noch Heilung finde. Obwohl wir haben zwei Teams platt gemacht, ne? Na gut, dann können wir noch weiter. Aber dann muss ich erst mal Heilung finden. Ja, ich kann dich auch heilen, Carsten. Ja, ich auch. Wird knapp, ey. Wird knapp. Kannst du dich töten, die heißt? Gängstil. Boah, wir müssen da rum. Wir müssen links rum. Also rechts rum, von fort. Boah, ist die Heilung doch nicht tot? Da war noch eine andere. Weil die werden jetzt auf jeden Fall abhorn, denke ich mal. Da waren Emulator, glaube ich, abholen. Ja, ich renne trotzdem da durch. Wir müssen den aufhalten. Weil wenn die loslaufen würden, jetzt kriegst du es gleich an. Wo gehst du hin? Ja, erstmal in Richtung, wo der Ausgang ist. Von da ausgreifen wir dann an. Ah, okay. Du bist so unheimlich clever. Ja, ne? Na, das geht ja runter wie Öl. Auf deine komische Art und Weise wollte ich noch. So, jetzt können wir da hin. Aber ich und Carsten sind ja One-Shot. Carsten, du bist da wieder alleine. Denk dran, die sehen das. Und dann pushen die dich. Na, erstmal müssen sie mich treffen. Ich kenne mich dann jetzt hier an. Jetzt berufen dich jetzt an und geht am Telefon. Nee, hier im Spiel. Achso, hä? Ja, der meint, äh... Dings, da ist bestimmt hier wieder... Discord oder so, oder? Der, der, wie heißt der? Ein Buschmann? Äh, äh, Bam Bam. Bam Bam, genau. I, 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 Bam Bam. Ich hab mich jetzt angerufen, weil ich seh' ich gar nicht. Wir müssen aufpassen, dass der dritte Mann von denen hier nicht irgendwo ist. Sonst, dass wir wieder hier in eine Falle gehen. Ich bin schon mal hinterm Erdhügel. Kannst du auch die Hütte da hinten clearn? Ich und Carsten sind es schon... ...geschafft. Die sind hier dran. Hier. Ja, da rennt auch einer. Einer auf jeden Fall, zwei. Einer auf jeden Fall. Schön. So, da könnten wir ja jetzt mal rein, oder? Schön. Mein Gott, wer bringt die denn alle um? Ich. Alle getötet? Ja, aber... Wir müssen... Ich muss noch mal aufheben, bitte. Ja. Aber sind alle tot? Ja, ja. Ja. Ey, Matthias, ey. Was ist denn grad los bei dir? Junge, läuft! Junge. Sechs Kills. Ja. Wenn ihr jetzt mal ohne die Unterstützten... Er hat hier ein Level-Hackenschütze für euch. Nee, will ich nicht. Nö, ich bin zufrieden mit allem, was ich hab. Hier ist der Kasse. Wurde aber leider schon gelooptet. Wurde mich denn anrufen, woran siegen wird jetzt. So, kackegal. So, jetzt kommen wir raus. Wo ist der dritte gestorben? Na, einer liegt hier in der Ecke. Da. Einen hab ich hier erschossen. Genau, hier unten. Die hab ich schon alle. Ja, dann darfst du uns abbauen, ne? Weil ja mal... Matthias regelt ja grad eh alles. Schöne Runde. Für dich ja, ja. Es war mal wieder echt Zeit. Man kam hin und es war durchgewischt worden. Alles glänzte. Aber man hat einmal kurz durchgewischt. Ja, das ist meine Blutflecken weggebracht. Oh ja, das tat war gut, Alter. Das tat gut. Das glaub ich. Ach, viele, ey, hatte. Ach, viele. Ne, nein. Ich... Ja, ich hab bloß sechs. Also ich hab... Ein unterstützt. Nice. War... In letzter Mission... Sechs Kills, glaub ich. Ja. Schönes Ding. Schönes Ding. Ja. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding.